Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Wir zeigen euch in dieser Reihe die wichtigsten Skill Moves in FC24. Zu diesen gehört die Schussfinde Scoop Turn. Die Schussfinde führt ihr aus, indem ihr zunächst die Schusstaste und direkt danach die Pass-Taste betätigt. An der X-Box wäre das zum Beispiel B, sofort danach gefolgt von A. Dadurch wird die Schussausführung abgebrochen und stattdessen könnt ihr, indem ihr anschließend den linken Stick betätigt, einen Richtungswechsel vollziehen, was sehr hilfreich sein kann, um zum Beispiel Verteidiger, die euren Schuss blocken wollen, ins Leere laufen zu lassen. Ihr könnt dies kombinieren mit der oberen linken Schulter-Taste, LB an der X-Box, L1 an der Playstation. Dann vollzieht ihr eine öffnende Schussfinde. Das heißt, ihr täuscht eine Bewegung zu einer bestimmten Seite an und vollzieht dann anhand der Schussfinde eine Bewegung zur anderen Seite und könnt dadurch einen Spieler passieren. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt in die Kommentare. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Videos verpasst.